Zu den besinnlichen Klängen des Speicherraumes sage ich Hallo und herzlichst Willkommen zurück zu Resident Evil 4. Gut, dann würde ich sagen... Weiter geht's. Ja, genau. Okay, da ist er. Wow. Ist schon noch irgendwo einer? Nein. Hallo. Danke. Ich bin irritiert, weil hier sonst keiner ist. Das bereitet mir so ein bisschen Kopfzerbrechen. Ich überlege gerade, war hier nicht. Warte mal. Warte mal. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Ach, da ist er. Ach, nee. Okay. Gut. Gut. Okay, ich höre auch nix. So, jetzt mache ich das, was ich eigentlich machen wollte. Ich habe irgendwie Erinnerung gehabt, dass da was drin war. Da war es in irgendeinem anderen Sparbrunnen. So, da ist auch nix drin. Das ist sehr, sehr schade. Munition habe ich auch keine mehr. Das ist ebenfalls schade. Weil ich jetzt wüsste, ob irgendwo vielleicht Munition drin ist. Weil die könnte ich echt gut brauchen. Nee, Schieben brauche ich nicht. Ah, die Kisten stehen wieder sehr gut. So, die Ashley muss jetzt mal hier hingehen. Weil nämlich... Was zur... Hölle? Ah. Mit dem Mess... Okay, sehr schön. Ich habe was gehört. Und hier auch. Ah. Nein, lass doch nicht nach, du Aff. Wieso? Achso. Wieso? Achso, okay. Ja, wir haben es auch erklärt. Lass die Ashley gehen. Ich wollte irgendwas sagen, ich habe es vergessen. Achso. Es ist mir nämlich häufiger passiert, in meiner früheren Resident Evil 4 Karriere, dass die Ashley nämlich gestorben ist, als ich zum Beispiel irgendwelche Fässer mit dem Messer zerstören wollte. Da habe ich nämlich aus Versehen die Ashley getroffen und sie ist daraufhin dadurch gestorben. Das wäre halt überhaupt nicht gut. So. Ich weiß das natürlich trotz allem nicht. Ich bin doch irgendwo... was munitionsartiges ist. Da ist noch eine Kiste. Die Ashley, bleib einfach mal da. Okay. Na gut, geh mal einfach da. Den Weg weiter, wo wir weiter müssen. Wir haben komische Formulierungen. Aber ist egal. Wo guckst du hin? Was ist da? Ashley, warum guckst du da hin? Eigentlich guckt sie immer da hin, wo irgendwas Spannendes zu erleben ist. Prüfen? Nein. Okay. Ach, hier ist was. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Und... Sehr, sehr schön. Gut, dann gehen wir jetzt weiter. Mehr dürfte ja nicht sein in diesem Bereich. Jetzt ein bisschen nachjustieren, so. Ähm... Ja... Mal schauen. So. Die beiden Wege scheinen blockiert zu sein. Ich zeige euch das gerade mal. Ob dem auch so ist. Ob das der... Wahrheit A entspricht. So. Probieren wir es. Okay. Das sieht sehr versperrt aus. Das Tor ist verriegelt. Ich muss einen anderen Weg finden. Also verriegelt ist... Leicht, ähm... Untertrieben. Also verbarrikadiert, würde ich jetzt eher sagen. Aber okay. Gut. Also man kann nicht durch dieses Tor hindurch gehen. Das ist nicht möglich. So. Gehen wir hier lang. Seht ähnlich aus. Das Tor ist verriegelt. Ich muss einen anderen Weg finden. Alles klar. Gut. Ist vom Prinzip auch nicht schlimm. Weil wir nämlich... Ja auch zu einer... In eine andere Richtung müssen. Aber... Aber, 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 aber... Ähm... Das habe ich nämlich damals... Gemeint hier. Wenn ich das nämlich hier verpeilt hätte. Einen der beiden Schätze zu sammeln. War das da, wo ich sagte? Das war da, glaube ich, oder? Oder war das der... Ne, das war der Bereich hier. Gut. Kommt aber vom Prinzip aufs gleiche raus. Weil hier ist ja auch... Der Weg ist auch versperrt. Offenkundig. Das heißt, ich könnte jetzt den Schatz nicht mehr holen. Beziehungsweise die beiden Schätze sind jetzt auch nicht mehr erreichbar. Hätte ich die nicht gesammelt... Dann wäre ich jetzt ganz traurig. Und hier auch. Und da ich ein Fuchs bin. Das Spiel schon diverse Mal gespielt habe. So, habe ich die Schätze mal eingesammelt. So, gehen wir hier nochmal rein. Habe ich jetzt einfach mal... Weiß nicht, sieben Minuten hier. Äh, warum bleib... Warte mal. Ja, eins. Geht doch. Ähm... Damit zugebracht hier... Halt. War noch nicht. Nein. Also ihr seht, ich komme die ganze Zeit... Bei den Tasten durcheinander. Aber gut. Kann passieren. Ich spinne mich momentan... So, für mich privat... Ähm... Resident Evil Revelations. Und das ist halt von der Steuerung so ein bisschen anders. Und deshalb kann das dann mal passieren, dass ich da so ein bisschen durcheinander komme. Weil das Gameplay an sich ist ja das Gleiche. Kann man sagen. Was... Okay, weg. Bärenfalle. Ich habe sie gesehen. Lauf, lauf, lauf. Äschlein, nein. Diese Drecksbären fallen. Ich bin doch gar kein Bärmensch. So, du Drecks... Äh... Frau. Oh, nein. Was war daneben? Der hat getroffen. Das war aber nicht gut. Ich wechsle mal ganz unverbindlich die Waffe. Aber er ist eigentlich schon verbindlich. Oh, die Punisher. Das ist nämlich der Vorteil. Die schießt nämlich durch zwei Gegner durch. Wie ihr sehen könnt. Und die hat auch eine ziemlich gute Durchschlagskraft. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Waffe wechseln. Ich habe so viel... Egal. Gehen wir nicht weiter drauf ein. Das Thema hatten wir schon. So, Äschle. Ja, jetzt bist du natürlich angeschlagen, ne? Ist aber nicht weiter schlimm, wenn ich jetzt so ein bisschen auf die gute Frau aufpasse. Oh, mir fällt gerade was ein. Du bleibst jetzt mal hier unten stehen, bitte. Ich glaube, hier oben ist jetzt was. Ja, da ist was. Sehr gut. Okay, und runterspringen. Äh. Gut. Dann folgen wir mal auffällig. Gucken wir mal, ob wir irgendwelche Bären fallen. Sind's? Zum Beispiel diese. Oder diese. Mach ich mal rein prophylaktisch. Okay, bist du allein? Du siehst sehr allein aus. Wow! Okay. So, da ich jetzt keine Lust auf Faxen habe. Ähm. Ich habe Muniz... Ich habe aber so viel Munition. Ist egal. Nein, mit dem Messer wird das schwierig. Wow. Okay. Gut. Das hätten wir auch erklärt. Da ist nix drin. Und hier... Ist sogar noch weniger drin. Okay. Ja. Genau. Genau, genau, genau. Ähm... Das kriegen wir aber alles hin. Das ist gar kein Problem, Leute. Ja. Okay. Auf die zwei Schuss können wir gerne verzichten. Ja. Warum? Kannst du jetzt mitkommen? Kann ich die irgendwie heilen? Habe ich irgendwas Kleines? So ein Ei oder so? Ne, Ei habe ich alle verbraucht, den Blöder. Ähm... Naja. Das Problem ist, ich kann nicht beide gleichzeitig heilen. Ich kann immer... Uh. Nur einen heilen von beiden. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich die jetzt kaputt geschossen habe. Die fallen, weil... Nämlich ich als Leon kann nämlich so schön an die vorbeilaufen. Die Ashley folgt mir eigentlich schon... So im Gänsemarsch, kann man sagen. Das Problem ist aber, wenn sie es nicht tun sollte... Und ich laufe jetzt hier links lang. Sie läuft aber weiter geradeaus, warum auch immer. Läuft die da rein und ist tot. Und da habe ich keine Lust drauf. So. Und deshalb habe ich die Jünger kaputt geschossen. Nur nochmal so als Erklärung. So. Und hier sind jetzt potenziell auch sicherlich wieder viele Gegner unterwegs. Und... Wir sehen hier diese Truhe. Die ist jetzt offen. Von was ich zu... Hm. Wenn man sie auch raufgemacht haben mag. So. Und. Zack. So. Mir ist nämlich die gute... Ashley ist in Sicherheit erstmal. Und wir können der Dinge hier harren, die da kommen. So eine Schreibmaschine ist da zum Beispiel. Okay. Und ein Schriftstück. Sarah und der die andere. Ähm. Der Aufenthaltsort von Sarah ist unbekannt. Wahrscheinlich nutzt er alte Geheimgänge, die ihm sein Großvater, der Jäger, in dieser Gegend war, gezeigt hat. Ähm. Sicher versteckt er unser Eigentum irgendwo im Wald. Wäre sein Großvater noch am Leben, könnte er helfen, Sarah zu finden. Aber wie hat er von dem Ei in seinem Körper erfahren? Dass es ihm gelang, es zu entfernen, bevor der Parasit geschlüpft ist, ist besorgniserregend. Was mir auch Sorgen macht, ist, dass Luis mit unserem Eigentum floh, kurz bevor der Amerikaner auftauchte. Das kann kein Zufall gewesen sein. Es muss noch jemanden geben. Um die Lage zu klären, müssen wir Luis fangen und warten, bis die Wirkung des Mittels nachlässt, bevor wir ihm ein weiteres Ei initiieren. Dann wird derjenige, der hinter all dem steckt, schon reden. Wer unsere Pläne durchkreuzt, muss mit schwerwiegenden Folgen rechnen. Okay, gut, speichern werden wir jetzt, äh, nicht erst mal. Sehe ich da oben etwas? Nein, sehe ich nicht. Warum ist ja kein Gegner? Hä? Ah, schlägt. Oh, okay. Laleidu. Äh. Wurde mal den Mondschauen zu. Ich weiß nicht, wie ich auf das Lied jetzt komme. Ich glaube, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie jetzt wahrscheinlich mich angreifen werden, die beiden. Okay, Schweinskalopp, wie man sieht. Ich bin sehr nah dran. Das gefällt mir gar nicht. Eine Frau und ein Mann. Okay, jetzt muss ich mich beeilen. Okay. Ich hoffe, der da oben wirkt nicht, weil sonst habe ich sogar zwei oben. Sehr schön. Zack. So, was ist mit euch hier oben? Habt ihr irgendwas, wo man werfen kann? Was ist denn da noch aus? Okay. Wie er geschrien hat. Wie sie geschrien hat. Okay. Da wollte ich wieder zu viel. Er wirft einer. Ich weiß nicht, wer es war. Irgendwer hat geworfen. Er auch. Sie auch. Ich brauche eure Scheiße zu. Oh, es wird eng. Okay. So, das ist die gute Frau. Die steht jetzt wieder auf. Kommt weg. Nachladen, wo ich gleich nachladen wollte. Das kennen wir schon, das Spiel. Ich weiß nicht, ob es an meinem Controller liegt oder an meiner Schnelligkeit. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt wieder keinen Platz für irgendwas habe. Ich möchte das grüne Kraut dann auch aufheben, ehrlich gesagt. Also, drei Schuss. Der Polizisten. Ja, bis wohl noch. Herrlich, komm. Ich lasse die da liegen. Scheiß drauf. So, kann ich irgendwas aufsammeln, auflesen? Irgendwo. Nö. Nö, nö, nö. Blaue Medaillen haben wir ja auch schon alle. Okay, da steht ein, das könnte ein Indiz dafür sein. Da sind auch wieder die Bärenfallen. Ich weiß, ob das... Ja, da sind sie. Die müssen dafür sein, dass wir dahin müssen. In diese Richtung. Es gibt ja zwei... Zwei Tore. Die scheinen ja beide versperrt zu sein. Okay, wir können es nicht mehr verschieben. Die Zeilen sind rum. Ist ja einer drin. Okay, da ist eine Bärenfalle genau vor uns. Genau diese hier. Eins, zwei, drei. So, ich denke mal, der Typ ist da oben. Ich weiß nicht, ob der runterkommt. Was? Achso. Hä? Ah, da ist einer. Also, ich muss drücken. Er muss treten. Überdrückt habe ich. Er hat getreten. Passt alles. So, danke. Danke, 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 danke. Oh, das ist wieder was zum Zerstören. Pistolenmunition. So, jetzt habe ich die Taste mittlerweile drauf. Ein Kräuterchen. Das mischen wir deckt mit dem anderen Kraut. Die Musik ist schon so ein bisschen besorgniserregend, ne? Oder meine ich das nur? Supermunition. Hier ist nix. Da ist nix. Das können wir eigentlich die... Ashley zu uns holen, theoretisch. Müssen wir mal gucken, wo jetzt... Welcher Weg ist, warte mal. Hä? War der nicht... Ach, war das der Typ, oder was hat er uns verfolgt? Okay. Also, hier müssen wir auf jeden Fall lang. Ähm, wo ist denn der andere? Das ist der Weg, oder wie? Also, hier verhaspel ich mich immer wieder. Warte mal, ich will mal kurz gucken. Ich will euch das nämlich auch zeigen mit dem anderen Tor. Damit euch hier nichts entgeht. Also, doch hier. Okay. Hä? Ah, hier, okay. Verriegelt. Okay. Alles klar. Gut, haben wir das auch. Oh, hier ist noch... Was zum Einsammeln. Dann müssen wir wieder von der Seite runterspringen. Ist eigentlich... Ist es Kappes, aber ist egal. Machen wir drastisch. So. Super, es hat sich richtig gelohnt. Das hat sich sowas von gelohnt. Achso, wir müssen das von hier verschieben, das Ding. Okay, ist klar. Gut, dann... So, ein lauter Pfiff. Und schon kommt die Ashley. So, wo bekomme ich mein... Mein Notebook eingesteckt? Hier habe ich... Das Akku auch brav lädt. So, Ashley, wo bist du? Da ist er. Sehr gut. Gut. Ähm... Dann müssen wir jetzt hier runter. Der Typ ist weg. Du bleibst stehen. Und wartest brav auf mich. So, okay. Welche Frage mich schon immer beschäftigt hat und mich auch nach wie vor beschäftigt, zählen die getroffenen Bärenfallen zur Trefferquote oder nicht? Also habe ich jetzt quasi, als ich diese... War mal wieder. Ähm... Fünf Bärenfallen abgeschossen habe, habe ich jetzt quasi Trefferquote von 100% dadurch geholt oder 0%? Weil das ist ja so gesehen kein Ziel, also kein Gegner ist. Okay, sie hat wieder... Also die Kleiderwahl von Ashley, die ist recht fragwürdig. Okay, wir können damit leben. Sehr schön. Mal erst mal gucken, wo wir jetzt sind. Ah, okay. Ein Händler steht vor uns gleich, genau. Das kommt... Das werde ich im nächsten Part jetzt machen. Eine der geilsten Stellen des Spiels. Auch einer der anspruchsvollsten, das muss ich dazu sagen. Ey, der Typ, der bietet keinen verdammten Koffer an. Das gibt's doch gar nicht. Scheiße, ey. Ach, lass mich in Ruhe. Boah, ich hab so viel Pistole in Munition, ne? Aber es hat seine Gründe, dass ich... Ja, wobei... Ich hebe jetzt einfach mal alles an Munition soweit auf. Okay. Na gut, so viel haben wir jetzt auch nicht gesammelt in der Zeit. Edelstern, gern. Tunen. Oh ja, das rentiert sich. Sturmgewehr rentiert sich, glaube ich, nicht. Muss ich mal beides überprüfen, grad. Ähm. Na gut, da hab ich hier 21. Das lohnt sich nicht. Ne, das lohnt sich alles nicht. Oh, ich hab viel zu viel... Sturmgewehr-Munition fällt mir grad mal auf. Also ich kann nix sammeln. Ich kann nix einsammeln. Das ist schon mal Fakt. Ähm. Ja. Und mit seinem nächsten Part gehen wir über genau diese Brücke. Das ist das. Und mit dem... Das ist das.